All right. Good evening everybody. Welcome to the post-match press conference for Team Austria. And I have a little bit of a déjà vu, if that's a word also in English, because it's again Barbara Dunst and Irene Fuhrmann. And after the 2-0 victory against Northern Ireland, I ask Irene for her first statement. Ja, jetzt sind wir einmal sehr froh, dass wir diese drei Punkte mitgenommen haben heute und das Endspiel am Freitag gegen Norwegen haben, so wie wir uns das erhofft haben. Ich denke, es war speziell in der ersten Halbzeit ein sehr guter Auftritt des Teams. Wir haben das Spiel komplett kontrolliert, haben, denke ich, keine einzige Torchance von Nordirland zugelassen. Und ja, zweite Halbzeit war dann sehr ähnlich oder ein Spiegel der beiden WM-Qualifikationspartien. Es ist einfach ein sehr unangenehmer Gegner, der es bis zum Schluss schafft, immer wieder aufzukommen und gefährlich zu werden. Und wir haben dann die Ruhe im Spiel mit dem Ball etwas verloren, haben unnötige Ballverluste gehabt. Und ja, am Ende sind wir, wie gesagt, froh, dass dann das 2-0 auch gelungen ist und wir dieses Spiel bestanden haben. Barbara Dunst, was nennt Visa Player of the Game bei UEFA. Barbara, wie ist dein erstes Fazit als Spielerin des Spiels? Ja, es hat mich natürlich sehr gefreut, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, heute war jede Spielerin am Platz, Spielerin des Spiels. Ja, ich muss da wirklich sagen, die Mannschaft, die gibt mir unglaubliche Sicherheit und da kann ich mich echt entfalten. Und das muss ich auch wirklich einmal so erwähnen. Ich fühle mich wirklich sehr wohl mit ihnen. Und ja, für mich war einfach wichtig, gestern habe ich es schon gesagt, egal wie, wir haben die drei Punkte geholt und ja, das war heute wirklich sehr, sehr wichtig für uns. Dann darf ich um eure Fragen bitten. Also, English questions are possible because we have translations. Birgit Ritzinger, bitte. Warum ist es denn in der zweiten Hälfte nicht mehr so gelungen, Druck auszuüben wie in der ersten? Ja, weil wir einfach nicht so souverän agiert haben wie in der ersten Halbzeit, weil wir einfach die Ruhe am Ball verloren haben und da es einfach dann Nordirland ermöglicht haben, sozusagen aufzukommen. Und ich denke, man hat dann einfach gemerkt, dass es vielleicht dann doch heute ein Muss war, zu gewinnen und kein Können. Daniel Ljerowsk, bitte. Irene und Babsi, vielleicht beide nach dem England-Spiel, waren Sie teilweise zufrieden, trotz Hinterlage. Heute ist man vielleicht unzufrieden, trotz Sieges eventuell, weil man halt ein paar Chancen auslassen hat zum Schluss noch, die vielleicht nicht unwichtig gewesen wären, im Sinne des Dorfhältnisses. Ja, unzufrieden würde ich jetzt nicht sagen. Es war einfach jetzt speziell zweite Halbzeit dann einfach ein Kampf, sage ich jetzt einmal. Und wir hätten uns erste Halbzeit einfach leichter getan, aber wir sind jetzt wieder bei dem Punkt, dass wir einfach im Angriffsdrittel einfach diesen letzten Pass sauberer spielen müssen und da einfach noch konzentrierter ans Werk gehen müssen. Aber am Ende haben wir diese Routine, solche Phasen, wie es dann in der zweiten Halbzeit war, auch zu überstehen. Und ich glaube, wir haben eine Rettungstat vollbringen müssen. Und ja, am Ende würde ich sagen, es war einfach kein Feuerwerk heute, aber es waren die drei Punkte, die uns jetzt dieses Endspiel am Freitag ermöglichen. Bernhard Kastler, glaube ich, mit der nächsten Frage. Ja, wenn wir schon ein bisschen reinblicken in dieses Finale, ich weiß, es gilt immer den Sieg zu genießen, ist alles andere selbstverständlich, aber man hat dann eben dieses Finale. Was ist dann wichtig oder glauben Sie, weil Sie es auch angesprochen haben, Sie können befreit aufspielen wieder? Es ist nicht dieser Muss und das könnte der Mannschaft auch helfen? Ja, absolut. Wir werden am Freitag als klarer Underdog ins Spiel gegen Norwegen gehen. Ich glaube, bisher ist statistisch gesehen erst ein Remis gelungen gegen Norwegen. Sie sind klar zu favorisieren und wir haben, glaube ich, die letzten Jahre bewiesen, dass wir speziell gegen starke Gegner sehr konzentriert ans Werk gehen und auch Nadelstiche setzen können. Und ich glaube, dahingehend ist es jetzt aber mal wichtig, natürlich die Akkus wieder zu füllen, erstens einmal heute mal runterzukommen, dann morgen einfach viel in die Regeneration zu investieren und dann aber mit voller Energie uns wieder vorzubereiten auf dieses Endspiel. Thomas Tretzmüller, bitte. Mit der Katja Schichtler genau diejenige, das Tor geschossen, die für die Laura Wieneräuter in die Mannschaft gerückt ist, ist es für die auch so besonders schön gewesen, sozusagen, dass da das alles sozusagen genau aufgegangen ist mit dem Einsatz von ihr. Ich glaube, Dunse hat sie ja auch schon angesprochen. Ich glaube, jeder freut sich natürlich, wenn er selber das Tor macht, aber am Ende zählt der Sieg für das gesamte Team. Und es ist einfach schön, dass sie jetzt in die Presche gesprungen ist, sie dieses wichtige 1 zu 0 auch gemacht hat. Und ja, ich glaube auch mit dem zweiten Tor, mit der Wechselspielerin Katharina Naschenwenger, man sieht einfach, dass wir Impulse setzen können mittlerweile, auch wenn wir einige Ausfälle zu verkraften haben, ist noch immer genügend Qualität da. Und das ist natürlich speziell in einem Turnier ganz, ganz wichtig. Und noch eine Frage an die Babsi. War es vielleicht in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Angst vor dem Siegen, spürbar, dass da Verunsicherung reingekommen ist, ein bisschen? Ja, also Angst würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben ja von vornherein gewusst, dass sie ja wirklich sehr unangenehme Gegner sind. Und ich glaube, da müssen wir das einfach nochmal aufarbeiten, das müssen wir einfach nochmal ansprechen intern, dass es einfach wichtig ist, dass wir da einfach vielleicht stabiler werden, vor allem das in der zweiten Halbzeit. Und ja, ich glaube einfach, gegen Norwegen sieht es da wieder ganz anders aus. Wir haben schon bewiesen, dass wir gegen vielleicht etwas bessere oder gute Gegner auch voll mithalten können. Und deswegen bin ich da auch voll zuversichtlich. Also Angst war definitiv keine im Spiel. Aber ich glaube einfach, wichtig ist einfach Ende des Tages die drei Punkte und dass wir zu null gespielt haben. Guten Abend, Paul Rowan hier von The Times. Do you mind if I ask a question in English? Yes. And would I get an answer in English as well? We have the answer in German and I can translate if you don't have the translations. I just really want to ask Barbara what she made of the match and whether it was a bit easier than she thought it might be and how big a factor the heat was. Ja, wie gesagt, ich finde, ja, wie erwartet. Wir haben gewusst, sie sind wirklich ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Ja, ich glaube einfach, dass sie, ja, wie in der Vergangenheit einfach auch gezeigt haben, dass sie vor allem in der zweiten Halbzeit dann nochmal echt Impulse setzen können. Aber ich glaube, wir haben da heute auch wieder gut dagegen gehalten. Ja, haben versucht, wie gesagt, die Null hinten zu halten. Und ja, wir sind bei einer Europameisterschaft. Und da darf man einfach keinen Gegner unterschätzen. Und so wie wir Nordirland auch nicht unterschätzt haben. Und ja, ich denke einfach am Ende des Tages, ja, die drei Punkte und das war einfach wichtig. Ja, da kommt meine Lieblingsmannschaft. So for those, you can't see, the team is crashing this press conference. Yes. Right now. Yes. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja! Ja! Tschüss! Yep, they're so trying to get us. I was gonna ask, whose idea is the conga? Whose idea is the what? The conga. I don't know. I mean, they have crazy ideas all the time. But sir, I didn't forget to the translation to your, to Papsi's answer. Okay. So she said as expected, Northern Ireland was the uncomfy opponent that we expected, as I said. And they showed also in the World Cup qualification and also today what they are capable of doing. And we managed to hold them away from our goal nevertheless. And we are at the Euros, so there is no weak opponent and nothing to be surprised of. And just on what we've seen there with the teams, with the players coming in. And you mentioned that they do some crazy things. Like, what is the atmosphere like in the camp? And how much do they like to keep it kind of light and kind of fresh? Ja, wie man jetzt schon gesehen hat, das sind einfach wir. Wir sind wirklich, ja, eine Truppe mit unglaublichen Persönlichkeiten, aber die trotzdem einfach auch eine gewisse Lockerheit haben, einen gewissen Spaß haben. Wo ich wirklich sagen muss, unsere älteren, erfahrenen Spielerinnen integrieren einfach jede Junge oder jede Spielerin, die was neu dazukommt, versucht einfach diese Werte mitzugeben, was wir einfach verkörpern. Ich kann es einfach nur von mir sagen. Damals, wo ich dazukommen bin, ja, jetzt der Wikia, Carina, das sind Spielerinnen, die kommen zu einem her, die versuchen, die zu integrieren, die geben da was mit im Training, im Spiel. Das sind wirklich, ja, jede Spielerin geht da voran, jede Spielerin darf sich bei uns entfalten. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, von denen leben wir einfach. Ich glaube, wir zeigen das einfach auch einen Platz, dass wir ein unglaubliches Kollektiv haben. Und ja, wir haben es gezeigt gegen England, dass wir ein unglaubliches Kollektiv haben. Und ja, das werden einfach auch immer wir bleiben. Thank you for the short answer, Barbara. Ja, das taugt mir da. Langsam wird's. So, basically, she said that what you just saw, what you just witnessed, that is we. That is who we are. And we have a lot of great personalities on the team that are obviously having a lot of fun. And the special is that the younger generation is being part of the team from the very first day. So the older players, Vicky Schnaderbeck, Sarah Buntigam, they are role models and they also act like what they are. And showing everybody that every piece of the team is as important as the other one. And that's pretty much it. Thank you. One last, Daniel. Vielleicht auch mal zum Schluss noch kurz an die Babsi. Stimmungstechnisch. Es waren 60.000 Fans, knapp weniger als in Old Trafford. Also dennoch eine coole Atmosphäre, glaube ich, heute, oder? Oder eine coole Stimmung? Ja, es war dennoch wirklich sehr, sehr laut im Stadion. Und ich glaube, das ist einfach für jede Spielerin einfach genau das, was man sich eigentlich immer wünscht. Diese Stimmung, diese Unterstützung, ja, das merkt man einfach, das ist eine Europameisterschaft. Und ich glaube, für das trainiert er jede Spielerin und kämpft er jede Spielerin von uns jeden Tag, dass sie eben da dabei sein kann und auf so einer Bühne spielen darf. All right. So far so good. I would push the other questions to the mixed zone. We are just about to expect to begin. May go Barbara's doping control as fluent as this press conference. And I see you all down there. Good evening. Good evening. Danke. Tschüss. Super, ja. Danke. Danke, gell. Danke, gell. Danke, gell. Vielen Dank.